Komm schon! Ach chill, ich meine war geil. Komm schon! Komm! Ach, Dinger! Das sieht ja geil aus. Boah! Diese Beleuchtung ist so wunderschön. Ich sagte mir, wird gleich alles wehziehen. Es ist auch entspannend, wir haben die zweite Sonne gekriegt, wo wir sagen, holen sie doch. Ich bin mal vor, meine GoPro fährt jetzt hier runter. Das wäre nicht so nett. Ja, deshalb lieber in der Hand. Alter! Ja, die würde runterfallen. Ich traue auch irgendwie nicht. Das funktioniert doch nicht! Aua! 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 Ich habe Schmerzen! Schmerzen! Mir tut alles weh. Sauer! Ich finde das immer besser als sauer! Aua! Oh! 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 Okay, jetzt weiter runter. Oh! Die denken sich auch, wie sie in ihrem Brake, dann so. Oh! 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 Ich habe Schmerzen. Oh, Alter! Ich habe Schmerzen! Aua! 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 Oh!